Hallo, liebe Internetfreunde, wunderbar. Also ich habe einen Anlass heutzutage wirklich zu feiern und der Grund dafür ist unser einjähriges Jubiläum des Desiderata. Also ihr könnt euch vorstellen, wie schwierig diese Challenge sein wird. Wie ihr seht, habe ich hier eine kleine Weißweinschorle vor mir und das muss ich jetzt alleine schaffen, weil eben keiner, wie ihr seht, dabei ist, aber Salut für Fred Weidler, mein Produzent und Manager, Monika Pohl, das ganze Team, alle Leute, die ihre Hand an diesem wunderbaren, an der wunderbaren Produktion hatten, natürlich den Fankreis, die lieben Fans über die Welt, überall wo ihr euch befindet. Ich danke euch von ganzem Herzen und es wird eine große Feier sein und ich hoffe, dass ihr alle mitfeiert und euch mitfreut für unseren Erfolg, den kleinen Erfolg zur Zeit. Wir freuen uns auf das englische Video, was sehr bald erscheint, aber mittlerweile muss ich das, die Weinschorle, da muss ich jetzt dran arbeiten, weil die Challenge, wie ihr seht, ist sehr groß, aber irgendwie, der Abend ist lang, ich schaffe es. Also, ein Posit, ne, das ist ja nicht das richtige Lied für das hier, einmal am Rhein und dann zu zweit allein. Bye, bye!